Königin Maxima und König Willem Alexander der Niederlande haben ihre dreitägige Reise durch Griechenland angetreten. Zum Fototermin vor der Akropolis in Athen erschien Königin Maxima in einem raffinierten Outfit. Sie trug ein langärmliches, kupferfarbenes Kleid mit Bindegürtel und einem weißen Einsatz. Auf den ersten Blick wirkte dieses wie zwei verschiedene Kleidungsstücke. Bei genauerem Hinsehen fiel jedoch auf, dass die Stoffe aneinander genäht waren. Passend zum Kleid wählte die Monarchin einen weißen Hut mit Spitzenschleier, eine weiße Klatsch und braune, spitze Ballerinas. Den Look komplettierte Perlen- und Diamantschmuck in Form von tropfenförmigen Ohrringen und einer Brosche. Ihr blondes Haar trug Königin Maxima zu voluminösen Wellen frisiert. Das Make-up hielt sie mit einem rosa Lippenstift und einem dunklen Lidschatten schlicht. Die Nägel waren in einem Dunkelrot lackiert. Ebenso stilsicher wirkte König Willem Alexander. Er setzte auf einen marineblauen Anzug, ein weißes Hemd, eine orange Krawatte und schwarze Schnürschuhe. Vor dem Besuch der Akropolis hatte die griechische Präsidentin Katharina Sakelaropoulou das Königspaar im Präsidentenpalast empfangen. Am Abend soll dort ein Staatsbankett den ersten Tag der königlichen Reise abschließen. Für Dienstag sind weitere Termine in Athen geplant. Am Mittwoch werden die niederländischen Royals ihre dreitägige Reise in Thessaloniki beenden.